Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr geehrte Damen und Herren, die Lage am Westbalkan ist mehr als prekär. Sie ist gefährlich und explosiv. Es ist speziell in Bosnien-Herzegowina und die russische Aggression, die wir jetzt schon die ganze Woche diskutieren, kann ganz leicht und schnell auch am Balkan übergreifen. Und einer, der daran schuld ist, ist Milorad Dodik, der genau in der Republik Sripska alles unternimmt, um die Einheit Bosniens schrittweise, scheibchenweise zu zerstören. Und daher ist es die höchste Zeit, dass die Europäische Union hier viel schärfer, viel radikaler für die Einheit Bosniens eintritt und auch Leuten wie Milorad Dodik auch mit Sanktionen nicht nur droht, sondern gegebenenfalls auch welche verhängt. Und neben dem muss uns auch klar sein, die Europäische Union muss viel einheitlicher noch werden. Auch Ungarn und Kroatien müssen sich hier einkriegen. Und wir müssen als Europäische Union endlich das Versprechen, dass wir dem Westbalkan gegeben haben, bei Reformen auch eine Beitrittsperspektive und Möglichkeit zu geben, für alle Länder umsetzen. Vorher bei Reformen und Kroatien. Vielen Dank.